Michael Schmidt, Trainer des MSV. Michael, ihr habt 1 zu 2 verloren, aber ich denke, du konntest sehr viel Positives hier der Partie abgewinnen. Auf jeden Fall. Wir haben uns, glaube ich, sehr, sehr gut verkauft heute. Vor allen Dingen im Defensiv haben wir sehr gut gestanden, haben auch, glaube ich, die Ordnung über die ganzen 90 Minuten halten können gegen einen sehr starken Gegner und den ein oder anderen Nadelstich gesetzt, so wie wir uns vorgestellt haben. Von daher sind wir sehr zufrieden mit der Leistung heute. Okay.